Wir kriegen den Lauch hin. Das schaffen wir. Ich habe gestern vergessen, die Fähigkeitenpunkte zu verteilen. Uiuiui. Was haben wir denn hier? Oh, mehr Leben. Sehr gut. Und Fähigkeiten schaden. Also, das kriege ich wohl hin. Achso, ich wollte noch gucken, wo ich sitze. Warte mal, jetzt sind wir hier. Ich glaube, ich gehe erst mal hier hin. Oh, der drüben. Wir haben ja von unserem guten Fastkönig die Leiche nicht gefunden. Wir haben nur sein Schwert gefunden. Leider. Unser guter Fastkönig. Er hat sich auch ein bisschen dumm angestellt, wenn wir mal ehrlich sind. Der gute Oswald. Er war nicht schlau. vom Lauchkönig. Ja, genau. Der Lauchkönig. Ne, das hat nicht so funktioniert. Ja. Warte mal. Gehe ich das hin? Noch ein Tick kleiner. Hallo, Hammi. Hammi. Hallo, Hammi. Hammi, einen wundervollen Dienstagabend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Und auch für dich die Frage des Tages. Was hältst du von Charity-Stream? Ja. Du musst mir Strom klauen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, dann zieh den Strom ab. Leute. Ja, was denn nun? Ansonsten gebt mir 15 bis 18 Minuten. Ah. Keine neuen Erkenntnisse, das ist schlecht. Ich jetzt 30 plus Runden pro Tag, ich davor 30 Runden im Jahr. Holy shit. Haben die irgendwas geändert? Also, gibt's irgendwas Neues? Oder wie kommt's? Dass du dem Overwatch-Fieber verfallen bist? Nein, eben nicht. Komisch. Verrückte Geschichte. Hm. 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 Oh ja. Ja. Ja, gut, ne? Also, ich spiele jetzt aktuell jeden Tag Assassin's Creed Valhalla. Hm. Und danach wird Overwatch weitergespielt und dann starten wir mit Cyberpunk. Und dann müssen wir gucken. Tja. Alles nicht so einfach. Mist. Ja. Ich wollte schon sagen. Ich darf ja nicht erwischt werden. Nee, ich will auch nur den Schatz haben. Also, der Strom vom Internet oder welchen Strom musst du wegnehmen? Ja. Die Leistung dazwischen. Also, die... Musst du die Sicherung rausnehmen? Nein, ich muss den Decker rausnehmen. Ja, gut. Äh, wie schon gesagt, gib mir 15 Minuten. Du bist Wurmfutter. Bitte? Nein, in 15 Minuten. Ich hab... Ja, im Fehler. Ja, Papierlauchs sind belastend. Ja, er... Er will nicht, er muss. Er muss da irgendeine Leiste anders machen. Keine Ahnung. Ja, ich hab doch gesagt... Ja, deswegen sag ich doch, gib mir 15 Minuten, dann ist die eine Aufnahme hier durch und dann passt das. Hallo. Toll, hat natürlich super funktioniert. Warte mal. Funktioniert 1a. Ich will doch nur den blöden Schatz hier. Da komm ich rein. So was bräuchte ich. Hm. Gibt's bei Höfis. Ja, dann. Ja. So, puzzeln wir. Aber ich hier sind sie wieder nicht. Ja, bitte ist mein Glas jetzt leer. Oh, wenn ich rübsen muss, bist du schuld. Nein, nicht du. Lara, ich glaube, EC-Linke zahlt, macht sich Sorgen um deine Hydration. Ich glaube auch, dass er sich Sorgen um deine Hydration macht. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, natürlich. Ja. Oh. Mal gut, dass das alkoholfreies Trinken war. Einmal backen. Oh, aber bitte nicht schon wieder die Milch-Karamell-Torte, oder? Ist es wieder das gleiche? Blechkuchen. Butterkuchen. Oh. Kannst du mir das Rezept nochmal per Discord schicken, Katzi? Ansonsten geht das nämlich verloren, und das wäre doof. Oh ja. Zack, Kopf ab. Ich liebe es. Nein, sollst du nicht. Dann gucke ich gleich mal, wie ich das gesichert kriege, sonst finde ich das nämlich nicht mehr. Wenn das hier jetzt im... Das war jetzt ja nur im Chat. Dankeschön, Zelinke. Au. Hab's dir geschickt. Uh. Dankeschön. Muss ich mir das gleich nur irgendwie noch markern, damit ich nicht vergesse, dass das... Ich installiere mal Discord-Funk. Geht ja nur darum, dass das Rezept am Ende nicht verloren geht. Oder war das mit in dem, äh, Backen? Das war ja nicht in der Nachricht fürs Backen drin, ne? Aber Butterkuchen ist geil. Aber wir haben ja festgestellt, ich... 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 Ich mach alles, auch wenn's noch so kompliziert wird am Ende. Ich zieh's durch. Du bist nicht hinter mir, ne? Nein. 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 Ich hab's dir auf Twitch und Discord geschickt. Dankeschön, Zelinke. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist ja eigentlich da hinten unten. Ich guck mal, ob das da ist. Also, ob das der richtige Eingang ist. Ich hoffe. Das wär ja sonst echt doof. Äh, welche restliche Rassel-Bande-Bashti ist da? Oh. Du... Du willst nicht, dass ich heute streame? Kann das sein? Ja. Er hat mir unsere Strich-Baschur. Nö. Rasseln. Rasseln. Hallo, Timin. Äh, ist kein Download. Ist nur 25 Megabyte gewesen. Ach so. Äh, doch, das haben wir doch schon gelesen. Hier waren wir doch schon mal. Ja, hier waren wir doch schon mal. Ja, hier waren wir doch schon mal. Was hab ich denn hier beim letzten Mal übersehen? Ah, ich weiß. Uh, nee. Äh, okay. Das ist die Geschichte, wo wir noch nicht hinkommen. Weil uns die letzte der Schwestern fehlt. Uns fehlt hier noch der letzte durch. Äh, sehr gut. Danke. G-Man, Frage des Tages. Was hältst du von Charity-Streams? Oh, jetzt ist es da. Sag doch einfach, wenn ich nicht streamen soll. Ist aber 7.400 MB. Also. Ha. Okay, Zylinkis, ich nehme an, dir gefällt das, ähm, Meerschweinchen mit der Liste auch. Auch wenn der Lauch dafür weichen musste. Auch wenn der Lauch dafür weichen musste. Aber dir gefällt es. Ja, sehr gut. Wir haben, glaube ich, ein neues Lieblings-Emote bei mir. Obwohl ich die anderen auch sehr gut finde. Äh, hat er ein Video über Valhalla gemacht. Das Spiel kommt nicht gut weg. Äh, das Video habe ich auch gesehen. Aber, ähm, mir ist das relativ egal, was andere über Spiele denken. Wenn es mir gefällt, dann gefällt mir das. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Ich gucke mir das dann eher, äh, aus dem Blickwinkel an. Okay, was sind die Kritikpunkte der jeweiligen Personen? Wenn ich die nachvollziehen kann, ist okay. Aber vieles ist ja eh subjektiv. Charity ist immer gut, wenn es ankommt. Ich, bisschen. Zu viel. Ami, zu viel. Ich habe schon gelacht. Eine Listenwand. Sie hat eine Listenwand gepostet. Au. Haha, Gaming-PC ist am... Au. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Oh Gott. Kann ich auch. So. Da ist genug Abluft noch. Aua. Nee, da ist wirklich noch genug Abluft. Ah, ich brenne. Was ist denn da drüben? Hallo. Aua. Was ist denn der andere? Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen. Jetzt macht ihr alle Listenwände. Was ist denn hier los? Ja, genau. Das, was Katzi sagt. Es gibt an jedem Spiel was zu bemäkeln. Und es ist ja auch immer persönliches... Ähm... Ne... Ne... Ne persönliche Meinung, ob man jetzt was gut oder was schlecht findet. Der eine rätselt zum Beispiel gerne. Demnächst ist das dann, äh... Nicht spannend genug. Der Nächste sagt, nee, das ist viel zu langweilig. Da passiert ja gar nichts. Der Nächste sagt, das ist mir zu repetitiv. Ähm... Also, von daher... Du kannst es halt nie allen recht machen, ne? Oh, okay. Wow. Du kannst es nie allen recht machen. Aber das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck. Also... Das... Das schafft man ja in keinem Bereich. Ob das jetzt, äh... Ein Buch ist, ein Film, eine Serie... Was für eine Ausbeute. Oh. Das erfordert mehr Leute. Äh... Ein Spiel. Oder... Wir plündern! Möbel! Genau das Gleiche. Den einen... Gefallen zum Beispiel Ikea-Möbel. Der Nächste sagt, nee, sowas will ich nicht. Ich... Gehe nur... Ähm... Falls ich nicht zu Depot oder... Oder... Oh, keine Ahnung. Wie lang noch bist du dein Tod? Äh... Wenn ich hier das fertig habe... Aber dann werde ich kurz... Extreme töten. Au! Oh, hier sind drei. Lol. Aua. Aua. Ach, komm schon. Aua. 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 Oh, sie hat ihm mit seinen eigenen Hammer den Kopf zittert. Aua. Aua. делает er mit den Kopf. Aua. Aua. Er mehr unsere Strichwaschmuss. Klop, 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 wer das? Seine Hämmer. Deine Hämmer. Ja. Was haben wir hier? Magister-Maske. Weil ich ja nicht durch die Tür gehen kann, ne? Da muss ich durchs Fenster. Achso, das ist einer von meinen. Guck mal, Nickelbacken. Oh Gott, da ist noch ein Geschenk. Juhu, ich darf in Bashurs Küche. Okay. Hast du das gerade gesehen? Ja. Ach, von der anderen Seite! Die Satisfactory hat ein Weihnachtsabend. So, zack. Ich glaube, das war's jetzt aber fast, ne? Der hat sich selber in Flammen gesetzt. Gute Beute! Verschwinden wir! Verschwinden wir! Und zwar... Erst einmal dahin. Aber das machen wir gleich erst. in diesem Sinne...